Es ist irgendwie in uns als Herdentierchen drin, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, haben wir Angst vor Ausgrenzung. Und dann kommt dieses unfassbar große, ich glaube vielen Problemen zugrunde liegende Basisgefühlscham. Wir verbinden es immer noch mit so einem totalen Kurzschluss im Gehirn. Das muss irgendwie, ja und klapse und psychisch völlig, dann bin ich krank. Nein, bist du nicht. Hey, ich bin Justus vom Pointer. Im letzten Video habe ich mit Jen Bender, der Frontfrau von Großstadtgeflüster, über ihren Alltag als Musikerin gesprochen. Heute erfahre ich von Jen unter anderem mehr über ihre Diagnose Anpassungsstörungen und wie sie es schafft, damit umzugehen. Jen, im Lied Anpassungsstörungen singst du über deine Krankheit. Was ist denn das? Diese Namensgebung, diese Diagnostizierung, die findet ja in der Regel statt, um zu rechtfertigen, dass du nicht stimmst. Also das ist so, oder dass du nicht normal bist oder so. In meinem Fall in der Anpassungsstörung ist es was relativ harmloses irgendwie. Du kannst es irgendwie als eine Art von Burnout oder so. Also es ist auch therapierbar und es war halt irgendwie so. Und ich, das kriegt man alles hin und ich habe da, weiß Gott, auch nicht dran zu nagen oder zu ackern an irgendwelchen Dingen. Ich habe aber an vielen Dingen zu ackern und denen könnte man allen auch irgendwelche anderen Namen geben. Ich glaube, jeder von uns würde sich gut darin tun, sich mal mit einem Therapeuten zusammenzusetzen. Ich bin sowieso großer Fan von dem Gedanken, ähnlich wie zum Zahnarzt zu gehen, ja, dass man einfach so einfach in so einem Gesundheitssystem sagt, so ey, einmal im Jahr Vorsorge, so eine Gesprächstherapie, ja, so einfach mal abchecken, sag mal, wo stehst du gerade, wie geht es dir gerade so. Ich glaube, dass eben genau dieses Nicht-Stimmen heißt ja einfach nur, ich funktioniere innerhalb von einem Konstrukt, in dem etwas von mir erwartet wird, funktioniere ich nicht. Und plötzlich werde ich abgewertet, von mir selber auch, ich entspreche Erwartungen nicht und so weiter. Und dadurch, glaube ich, fallen viele Menschen in so einen Kreislauf, wo sich die Ratte in den Schwanz beißt. Und es wird immer tiefer und immer schlimmer. Und natürlich kann so eine Diagnose, ist eine Hilfe und es ist auch manchmal gut, einen Namen für etwas zu haben, damit man damit arbeiten kann. Aber das Grundproblem ist eben, denke ich, ganz oft, oder was heißt Problem, dieses sich falsch fühlen, weil man irgendwie nicht so funktioniert, wie es in der Bibel der Funktionstüchtigkeit in einem Konstrukt steht. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist oder dass du es sehr wichtig findest, dass man halt auch diesen Schritt macht und sich Hilfe sucht, vielleicht auch sogar prophylaktisch. Das ist oft ja ein sehr, sehr schwerer Schritt. Hast du irgendeine Tipps, wie man den schaffen kann? Ich glaube, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, komm, lass uns diesen Song jetzt machen. Weil es hat ganz viel mit Scham zu tun. Da sind wir wieder bei diesem Nicht-Funktionieren. Das ist irgendwie in uns als Herdentierchen drin, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, haben wir Angst vor Ausgrenzung. Und dann kommt dieses unfassbar große, ich glaube, vielen Problemen zugrunde liegende Basisgefühl Scham. Das ist ein furchtbares Gefühl. Und den zu überwinden ist wahnsinnig schwer. Und dieser kleine, vermeintlich von, also für Außenstehende oder für Menschen, die selber nicht betroffen sind, dieses Unverschämtheit, warum suchst du dir keine Hilfe? Ja, das ist, dieser erste Schritt ist meistens der aller, aller schwerste. Und man muss sich dafür aber nicht schämen. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, weil du nur innerhalb von einem Gedankenkonstrukt nicht funktionierst. Dieses Gedankenkonstrukt ist an dieser Stelle erst mal völlig wertlos. Wir verbinden es immer noch mit so einem totalen Kurzschluss im Gehirn. Das muss irgendwie, ja und klapse und psychisch völlig, dann bin ich krank. Nein, bist du nicht. Und auch wenn du in eine Klinik gehst. Das ist klar natürlich, eine Depression ist eine Krankheit, das ist auch eine anerkannte Krankheit, das ist auch richtig. Aber erst mal ist es eventuell der Anfang von einer Reise, die sogar auch Spaß machen kann. Weil es, was ein Therapeuten, guter Therapeute oder eine gute Therapeutin macht, ist dir Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Was ich aber nach wie vor auch wirklich schwierig finde, ist, dass es manchmal so wahnsinnig schwierig ist, eine Therapeutin oder eine Therapeutin zu finden. Da muss ich wirklich sagen, also ich habe ja viel an Strukturen und Systemen zu meckern und an der Stelle ist es wirklich wahnsinnig ätzend. Weil das braucht so viel Kraft partiell, so viel Kraft, ja, da auf die Suche zu gehen. Jemanden zu finden, der Zeit für einen hat. Jemanden zu finden, der stimmt. Aber vor allem erstmal jemanden zu finden, der Zeit für einen hat. Und im Bestfall, wenn man es schafft, da diesen ersten Schritt zu machen, da helfen einem übrigens auch Hausärzte bei, so. Wenn man da sagt, ey, Verhaltenstherapie ist manchmal der erste Schritt oder eine Analyse oder so, was auch immer. Aber den ersten Schritt überhaupt erstmal zu machen und sich das zu trauen, die meisten stellen dann im Laufe der Zeit fest, dass die Angst davor viel größer war als das, was dann kommt. Du bist ja Berlinerin. Was liebst du denn so an Berlin? Deswegen nicht, das ist eine Hassliebe, wa? Ich bin halt hier geboren und aufgewachsen. Ich glaube, ich habe keinen wahnsinnig, ich bin auch keine Lokalpatriotin oder so, gar nicht. Also finde ich eh komisch, so, ne? Ich kenne mich hier aus, ich fühle mich hier zu Hause, ich habe hier Freunde, ich habe Familie hier. Das könnte aber auch überall woanders sein. Also wenn wir unterwegs sind und ich kann eigentlich an fast jeder Stadt irgendwie was finden, muss ich ehrlich sagen. Also das kann ich an einem halben Finger abzählen, die Städte, wo ich sage so, oh, nee, lieber nicht. Was sind die Orte, wo du hingehst, um auszuspannen, um zu feiern, vielleicht auch um gut zu essen? Was sind deine drei Orte, die du am allerliebsten in Berlin besuchst? Um auszuspannen, ich finde die Krummelanke ganz toll und diesen ganzen Wald, der sich da drum umstreckt. Ich mag Natur total gern. Essen gehen tue ich auch wahnsinnig gerne und auch gerne häufig. Ich probiere da auch immer wieder gerne Sachen aus und es gibt, da will ich aber auch, also ich glaube, es kommt ganz drauf an, was man will. Und was ich ganz toll finde an Berlin oder generell an großen Städten ist ja, da trifft sich ja die Welt und dementsprechend gibt es zum Beispiel, ich liebe türkisches Essen, tolle türkische Restaurants irgendwie in Berlin. Da ist man in Kreuzberg und in Schöneberg sehr gut aufgehoben. Genau das mag ich auch an Berlin. Du gehst da nicht, du hast alles, du hast natürlich auch das Pizza, Pasta, Burger, Gyros, alles Ding, aber du kannst eigentlich auch zum Teil sogar richtig regional, also so einen Eindruck zumindest von etwas kriegen, wie woanders gekocht wird. Und feiern, ich bin eine Kneipentante auf jeden Fall. Also ich gehe gerne auf Konzerte, so meistens dann eben von Freunden oder Bekannten und in der Regel versacke ich dann danach noch in irgendeiner Kneipe. Nicht in einer Bar, nicht in einer Lounge und auch nicht in irgendwelchen kleinen Clubs, sondern in Kneipen. Ich finde Kneipen super, voll mein Ding. Dreckige Holztische, Bier vorm Fast, ich bin happy. Was sind denn deine drei großen Ziele für die zweite Jahreshälfte? Ich habe mir letztes Jahr im November mein Knie reparieren lassen. Da hatte ich eine Kreuzband-OP, das ist mir nämlich irgendwann auf der Bühne weggeflogen und ich bin da sehr lange drauf rumgehinkt und habe mir das irgendwann ziemlich zerschossen. Und da bin ich immer noch am Ackern, dass das wieder richtig ist und festsitzt. Und ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, so diszipliniert und habe so oft Dinge gemacht, auf die ich keinen Bock habe. Und in dem Fall tue ich das aber, Leute, weil ich habe wirklich Bock, diese Konzerte wieder zu spielen. Und dieser Fortschritt, und das ist alles cool und so, aber mein großes Ziel dieses Jahr ist es auf jeden Fall, wieder richtig springen zu können. Vielleicht werden es keine sechsfachen Rittberger mehr und vielleicht springe ich auch keine zehn Meter mehr hoch, das ist okay. Aber so mal so ein bisschen Seilspringen und so ein bisschen rumrennen und das ist mein Ziel. Und das ist mein Ziel.